Hallo zusammen, hier ist wieder heutzutage und heute bin ich wieder für euch in Battlefest.de Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Guide für ein Berufsitem aus Patch 8.1.5 präsentieren. Heute geht es nämlich um die Verzauberkunst und für die Leute, die das noch nicht wissen, es gibt ja für jeden Craft-Beruf ein neues episches Gimmick-Item und so ist es natürlich auch beim Verzauberer. Und hier haben wir Ivins Verzauberungsroute und wie wir die freispielen, will ich euch jetzt mal erklären. Als allererstes braucht ihr einen 120er Char und dieser muss einen Verzauberungsberuf haben und am besten den auf die maximale Stufe bringen, auf 150 von 150, denn dann erst bekommt ihr eine Quest bei eurem Verzauberungslehrer, sowohl in Dazalor als auch in Boralus, wenn ihr Allianzler seid. Wenn ihr diese Quest habt, müsst ihr eine kleine Story-Quest durchspielen, die euch nach Drustwar führt. Da müsst ihr dann so einen kleinen Golem zusammenbauen und sobald ihr das gemacht habt, bekommt ihr das Rezept hier und dann sind wir jetzt auf dem Stand, wo ich euch jetzt erklären will, wie man weiter vorgeht. Sobald ihr das Rezept habt und es erlernt habt, müsst ihr verschiedene Items sammeln. Erstmal Expulsum, das sollte, denke ich mal, selbst erklärend sein. Einfach die Items aus BFA in den Scraver packen und ihr kriegt mit ein wenig Glück das Expulsum raus, beziehungsweise, was mein Tipp immer ist, die World Quest für das Expulsum in eurer Hauptstadt machen, wo ihr ein paar Ressourcen abgeben müsst. Dann brauchen wir hier ein bisschen Splitter und ein paar Kristalle, die könnt ihr ja einfach durchs Dissen selbst bekommen, beziehungsweise im Auktionshaus kaufen. Und ihr seht, wir brauchen jetzt aber nochmal ein paar mehr Items. Und zwar brauchen wir hier einen Runenstein von Taurus und den bekommen wir in einem Dungeon. Und zwar bekommen wir den Chromsteig-Anwesen von Gorak-Tul, also sprich den Endboss-Töten. Da droppt das hier zu 100%. Ihr müsst es nicht im heroischen oder mythischen Modus machen, sondern ihr könnt das Ganze auch im normalen Modus erledigen. Droppt genauso zu 100%. Dann brauchen wir diesen Greifarm vom Weidemann. Den könnt ihr theoretisch in Drustva von allen möglichen Mobs bekommen, bekommt ihr aber auch in Kronsteig-Anwesen. Deswegen kann ich empfehlen, einfach Kronsteig-Anwesen durchlaufen. Ich habe das von den Mobs kurz vorm Endboss bekommen, war eigentlich auch kein Stress. So, und jetzt kommen wir zu der Drust-Essenz. Das hier ist eine langwierigere Sache. Die kann auch von ein paar Mobs in Drustva droppen. Am besten farmt man sie aber im Kronsteig-Anwesen. Und zwar, ich bin ein paar Mal durch die Instanz durchgelaufen. Ich glaube, fünf oder sechs Mal bin ich durch die Instanz durchgelaufen, dann hatte ich das Zeug zusammen. Es zieht sich, sage ich euch. Das können die Mobs da drin droppen. Und wenn ihr das im Normal macht, also ich als relativ gut equipter Druid-Tank, kann die ganze Indie zusammenziehen. Also teilweise habe ich fast den kompletten Trash im oberen Bereich zusammengezogen, den weg ered, und ihr bekommt dann immer ein paar raus. Im Normal-Modus geht das relativ easy. Ihr müsst aber wirklich fünf bis sechs Runs machen, dass ihr das Zeug fertig habt. Ihr könnt natürlich auch versuchen, Drustviecher außerhalb der Instanz in Drustva zu töten. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob ihr da mehr Erfolg habt. Ich würde euch wirklich empfehlen, das in der Instanz zu machen. Wenn ihr einfach rein queued, wenn ihr die Möglichkeit habt, das Highlight Tank zu queueden, geht das relativ zügig. Genau. Und sobald wir das alles zusammen haben, können wir uns den Stab bauen. Und was kann der jetzt? Also, wenn wir uns jetzt mal hier das angucken, gewährt beim Entzaubern zusätzliche Ressourcen. Und das ist das Wichtige. Und zwar, wenn wir Items dissen, bekommen wir Zusatz-Items raus. Teilweise habe ich ein blaues Item entzaubert und nicht eine Splitter rausgekriegt, sondern zwei. Und ich meine auch ein bisschen mehr Staub. Ich zeige euch nachher auch eine kleine Statistik von einem, der ein paar mehr Sachen entzaubert hat. Dann haben wir hier benutzt, verbraucht, einen trüben Kristall, um einen inaktiven Golem zum Leben zu erwecken. Wir können hier, indem wir einen trüben Kristall, das sind die Epik-Splitter, opfern, einen Golem zum Leben erwecken. Die stehen jetzt mittlerweile überall in Kultiras beziehungsweise in Zuldasar rum. Das sind einfach, ja, so Golems, die inaktiv rumstehen. Da kann man einfach die Route drauf anwenden und dann helfen die einem eine halbe Stunde lang. Naja, die Viecher sind nicht sonderlich stark, hauen nicht sonderlich viel raus und haben auch nicht sonderlich viel Leben. Es ist ganz nett, den mitzunehmen, aber ist es das wert, so einen Splitter zu opfern? Naja, ich weiß nicht. Aber das Gute ist, der passive Effekt, dass wir mehr Ressourcen kriegen, das lohnt sich wirklich. Vor allem die Expansion ist jetzt noch eine Weile, da kann man was draus machen. Hier hat einer zum Beispiel 242 mal dieses blaue Item hier gedisst und hat das quasi einmal auf dem Life und einmal damals noch auf dem PTR gemacht und hat quasi da geguckt, was bei rausgekommen ist. Und das sind relativ viele Werte. Und der hat einmal 510 von den blauen Splittern gekriegt und hier hat er quasi 331 ohne das Ding gekriegt. Also ihr seht, das ist schon ein gutes Stück mehr. Das sind fast 200 mehr, die er rausbekommen hat. An Staub ist es ehrlich gesagt sogar weniger. Das wundert mich, aber das sind wahrscheinlich einfach jetzt ein bisschen random. Das teure sind ja quasi die Splitter. Was aber krass ist, er hat aus dem blauen Item auch die Epic Games rausgekriegt. Also sprich, es können nicht nur von den Ressourcen, die normalerweise rauskommen können, mehr brocken, sondern es können theoretisch sogar auch höhere Ressourcen brocken. Ich weiß jetzt nicht, ob aus dem grünen Item dann auch ein Epic Splitter rauskommt oder ob dann nur blaue rauskommen können, aber das ist auf jeden Fall viel wert, weil man dann dementsprechend um einiges mehr Ressourcen rausziehen kann und dann wird es sich vielleicht auch wieder mehr rentieren, ja, Low Items zu dissen und die im Auktionshaus zu kaufen beziehungsweise sich mit einem Schneider zum Beispiel oder mit einem Lederer Items herzustellen und die dann alle klein zu machen, weil man da doch mal nochmal ein gutes Stück mehr an Ressourcen rausziehen kann. Ja, ich muss sagen, das Verzauberungsding ist meiner Meinung nach eines der besten, weil man die meisten Items eh nicht im Dungeon oder Raid benutzen kann, die irgendwelche Special Effects haben und ganz ehrlich, ob ich beim World Quest einen kleinen Boost habe oder nicht, ist so irrelevant. Da habe ich lieber was, was mir unterm Strich dann, ja, mehr Gold bringt. Das ist dann für mich wertvoller, vielleicht ist der ein oder andere da ein bisschen anders eingestellt, aber hier habt ihr ja dann trotzdem noch euren Golem, dann könnt ihr eure Mehrressourcen in den Golem stecken und habt ihr auch noch beim World Questen dann einen kleinen Vorteil. Gut, damit wären wir durch mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.